In diesem Video zeige ich euch, wie ihr zum Beispiel einen Dialog macht, der an einem Anker-Tag gebindet ist, der interaktiv beim Scrollen die Position verändert und viele weitere coole neue CSS- und HTML-Features, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Also seid gespannt und los geht's! So, und wir legen los mit dem kleinsten Feature, was ich aber einfach nett finde. Es ist einfach ein kleines Feature, was Spaß macht und das Leben etwas leichter gestaltet. Wir haben hier eine Überschrift, eine H1, ihr seht, ich habe die gestaltet. Wir haben hier eine Weite, eine Textzentrierung, dass das alles schön in der Mitte ist. Und wenn ich das jetzt kleiner ziehe, dann beginnt unser Text natürlich umzubrechen. Und hier sehen wir auch schon das Problem. Das sieht nicht gut aus. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon hier und da mal mit einem UI-Designer zusammengearbeitet und hat natürlich festgestellt, hm, sowas wollen die nicht. Hier müsste ich jetzt wieder reingehen, den Text umformatieren, die Weite anpassen, dass der Text korrekt umbricht. Und das gehört alles der Vergangenheit an. Wir machen nur noch das. TextStrap Balanced. In dem Moment sieht es schön aus. Mehr macht dieses Attribut nicht. Es sorgt dafür, dass Text besser umbricht und einfach netter optisch aussieht, weil es nicht mehr nach der Weite umbricht, sondern anhand der Textzusammensetzung. Also es versucht, den Text immer richtig schön formatiert darzustellen. Aber können wir das Ganze in der Realität schon verwenden. Und hier sieht man leider nicht so richtig. Das Ganze ist ein Working Draft und Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber hier seht, ist eine ganze Menge rot. Gerade mal 37,71 Prozent, also eigentlich alle Browser, die Chromium benutzen, können das Ganze supporten, aber Safari nicht, Firefox nicht, die ganzen Mobile-Browser nicht. Was heißt, hier können wir eigentlich sagen, Produktions-Ready ist das Ganze noch lange nicht. Aber es ist ein cooles Feature und ich freue mich drauf, wenn es kommt. Aber was gibt es denn sonst noch so? So, das nächste Feature, was wir uns angucken wollen, wird euch eine Menge Arbeit ersparen. Ich erstelle mir eine neue Diffbox. Diese neue Diffbox bekommt von uns eine Klasse, und zwar die Klasse Popover. Diese Popover-Klasse brauchen wir später, einfach nur um das Ganze zu gestalten. Was wir aber unbedingt für den Effekt an sich brauchen, ist eine ID. Diese ID nennen wir unser Popover. Das, was wir jetzt auch noch brauchen, wir müssen dieses neue HTML-Element, also diese Diffbox, die wir erstellt haben, als Popover markieren. Das machen wir mit dem kleinen Tag, also mit dem Attribut Popover, das wir hier reingesetzt haben. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Button, um das alles zu starten, um das anzusprechen. Dafür kopiere ich mir hier einfach einen Button rein. Dieser Button hat auch ein neues HTML-Attribut, nämlich Popover-Target. Und ihr seht schon, unser Popover-Target ist genau das, was hier oben in der ID drinsteht. So werden diese beiden Elemente jetzt miteinander verbunden. Und wenn ich das Ganze abspeiche, haben wir hier einen Dialog-Button. Wenn ich drauf drücke, öffnet sich hier in der Mitte ein mini, mini kleiner Dialog, also ein kleines Mini-Popover. Wir können das Ganze natürlich auch schöner aussehen lassen. Zum Beispiel können wir unserem Button ein paar Attribute mitgeben, dass er netter aussieht. Außerdem können wir auch sagen, wir haben ja unsere Popover-CSS-Klasse, die wir ja benutzen wollen, um das alles zu gestalten. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, dass wir das alles jetzt ein bisschen netter aussehen lassen wollen. In dem Moment kann ich jetzt hier hinterklicken. Und ihr seht, ich kann mein Dialogfeld schließen, wenn ich irgendwo hinklicke außerhalb des Dialogfeldes. Und ich kann sogar hingehen, das Ganze noch ein bisschen optisch schöner gestalten und einen Hintergrund versehen. Und zwar mit einfach einem neuen Backdrop-Pseudo-Element. Hier sage ich Color und Backdrop-Filter, dass es alles so ein bisschen blurry wird. Und wenn ich das jetzt abspeichere und aktualisiere, kann ich hier drauf drücken. Und wir sehen so einen gleich blauen Hintergrund-Schatten. Also das kann ich auch stärker machen, zum Beispiel auf 0,8. Dann sehen wir, wir haben jetzt einen Hintergrund. Wenn ich darauf klicke, dann schließt sich unser Dialog. Damit können wir komplette Popover-Elemente erzeugen, ohne nur eine Zeile JavaScript zu schreiben. Das Ganze kann man mit einem weiteren Feature noch mit Animationen versehen. Dazu gibt es aber in einem zukünftigen Video mehr, weil an diesem Feature wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern. Deswegen wollte ich das jetzt in dieses Video nicht mit aufnehmen. Aber können wir das Ganze nutzen? Und hier sieht man schon die ernüchternde Wahrheit. Eigentlich nicht so richtig. Wir sehen, dass eigentlich nur Chromium Browser das Ganze supporten und auch nur, wenn ihr die Experimental Feature Flag in eurem Chromium Browser anhabt. Wenn nicht, dann könnt ihr es nicht verwenden. Und wir sehen im Allgemeinen 37,69% weltweiter Nutzen. Was heißt, alles, was mit Popover zu tun hat, ist noch nicht richtig ready. Also ich würde es in Produktion nicht anfassen. Und so wie es aktuell aussieht, müssen wir weiterhin erstmal bei Popover-Elementen mit JavaScript uns aushelfen, bis dieses Feature hoffentlich sehr, sehr bald ready ist, dass wir es in der Fläche einsetzen können. So, das nächste Element, was wir uns angucken, basiert ebenfalls auf einem Tooltip. Wir erzeugen uns also wieder einen Button. Innerhalb unseres Buttons brauchen wir natürlich ein Label. Unser Button braucht ebenfalls, wie wir es gerade schon gemacht haben, einen Tooltip, beziehungsweise einen Popover-Target. Und das nennen wir Tooltip. Außerdem brauchen wir wunderbar einfach eine Diffbox. Und diese Diffbox erzeuge ich mir hier unten kurz, wo ich einfach mal Hallo schreibe und dann Tooltip. Das ist unser Inhalt, den wir darstellen wollen. Außerdem brauchen wir hier eine ID und eine CSS-Klasse. Also ID-Tooltip, CSS-Klasse-Tooltip. Und natürlich markieren wir das Ganze als Popover, speichern das ab. Ich klicke hier drauf, hier ist irgendwo ein Fehler, und zwar hier oben. Den löschen wir mal kurz weg. In dem Moment speichere ich das ab, klicke hier drauf und wir kriegen hier wunderbar unseren Tooltip angezeigt. So wie wir das gerade eben schon mal hatten. Um das Ganze schon mal etwas schöner zu machen, stylen wir unseren Button schon mal etwas. Da zahlen wir unseren Button. Ich klicke hier drauf und unser Tooltip erscheint. Wunderbar. Aber was genau ist denn das Anchor-Element? Wir sagen jetzt, wir würden gerne unsere Diffbox, die wir hier haben, an einen Anchor beinden, nämlich an unseren Tooltip Anchor. Und jetzt sagen wir unsere ID hier oben, Tooltip Anchor. Also unser Button ist der Ausgangspunkt, der Anchor unseres aktuellen Elementes. Wenn ich mir das abspeichere und hier draufdrücke, passiert jetzt aber nichts mehr, weil wir keine Positionierung mehr haben. Das können wir aber ziemlich einfach ändern, indem wir jetzt sagen, wir haben hier unseren Tooltip. Den wollen wir jetzt kurz ein bisschen gestalten. Das mache ich jetzt einfach, indem ich die Farben ein bisschen anpasse, ein bisschen Abstände und so weiter. Und natürlich auch eine Hintergrundfarbe, die habe ich vergessen. In dem Moment würde jetzt aber immer noch nichts passieren. Ich würde jetzt aber dafür sorgen, dass quasi hier einfach Bottom Anchor Top speichere ich ab. Ich klicke hier drauf und jetzt sehen wir, unser Tooltip endet genau da, wo unser Anchor anfängt. Und jetzt können wir das Ganze auch noch ausrichten auf der Vertikalen, also auf Left. Und in dem Moment haben wir hier unseren Tooltip. Wenn ich jetzt das Ganze noch wieder korrekt formatiere mit Translate minus 50%, ist unser Tooltip perfekt positioniert an unserem Anchor. Und selbst wenn ich scrolle, ist dieses Element, dieses Popover-Element, direkt an unseren Ausgangspunkt, also den Button, gebeindet. Dafür bräuchte man in der Vergangenheit JavaScript und jeder von euch weiß, wie viel Arbeit man sich gerade gespart hat. Aber passt auf, das ist noch lange nicht alles. Wir können hingehen und uns ein Position Fallback definieren. Das ist richtig cool. Und zwar sagen wir, wir haben jetzt einen ersten Versuch. Unser erster Versuch ist einfach Try Bottom Anchor, Left und Bottom das, was wir hier oben haben. Das lösche ich jetzt hier raus. Das nächste, was ich mache, ich beinde unser Position Fallback, das ich dort erstellt habe, jetzt an unseren Tooltip. Speichere das Ganze ab, das bleibt erstmal so stehen. Ich klicke hier drauf, es ist weiterhin zu sehen. Aber ich habe jetzt hier einen Sonderfall. Wenn ich hier nach oben scrolle und zum Beispiel mein Tooltip größer wäre, also ich jetzt nicht nur Hallo Tooltip drin hätte, sondern zum Beispiel wirklich einen kleinen Text speichere ich ab, klicke hier drauf, sehen wir, der wird abgeschnitten. Und dafür müsste man jetzt mit JavaScript berechnen, wie man das umgehen könnte. Wir können aber einfach hingehen und sagen, hey, lass uns das doch einfach mal mit einer Alternative versuchen, nämlich Anchor Bottom, wenn das hier oben abgeschnitten werden würde. Und zack, bricht es runter. Wenn ich jetzt scrolle, bricht es um, weil es weiß, es würde nicht mehr sichtbar sein im Screen. Und das funktioniert nicht nur nach oben und unten, sondern auch nach links und rechts. Und ja, ihr könnt jetzt den Mund wieder zumachen, weil das kommt. Das ist eines der besten Feature, was ich seit langem in CSS gesehen habe. Und ich freue mich gewaltig, wenn wir es nutzen können, was aktuell noch nicht geht. So das mit Abstand coolste Feature ist allerdings ein Custom Menü bzw. ein Custom Select Feld. Hierfür erzeugen wir uns als erstes ein neues HTML Element. Dabei handelt es sich quasi um einen Web Component, wie ihr es aus vielen verschiedenen Elementen seht. Ihr seht hier auch schon, wir haben jetzt hier einen kleinen Pfeil. Es sieht aus wie ein normales Menüfeld, allerdings ist es noch nicht umfangreich. Das nächste, was wir nämlich hier brauchen, ist zum Beispiel ein Button. Dieser Button ist wie in React, in Vue, in Angular mit einem Slot auszustatten. Also wir geben diesem Button jetzt eine Position mit, wo er innerhalb des Select Menüs positioniert werden soll. In unserem Fall zum Beispiel soll er die Position des Buttons einnehmen. Außerdem müssen wir dem Button noch ein Behavior mitgeben. Das ist in unserem Fall einfach Behavior Button. Und hier schreiben wir jetzt rein Test. In dem Moment, wenn ich das tue und abspeicher, sehen wir, steht jetzt hier wunderbar drin, dieser kleine Pfeil hier ist weg, weil wir diesen Button jetzt überschrieben haben, durch unseren ganz eigenen Button. Also wir können das selbst editieren. Das nächste, was wir brauchen, ist, wie bei einem normalen Select-Feld, einfach Option. Und zwar ein Option HTML Element mit einem Value, zum Beispiel Option A, Option B und natürlich einem Label. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, wir haben hier einen normalen Button. Ich kann diesen auch mit meiner Tastatur fokussieren, mit Enter auswählen. Und ich sehe jetzt hier, ich habe mein Auswahlmenü und kann hier draufdrücken. Allerdings kann ich sogar noch mehr machen. Und zwar, zum Beispiel möchte ich hier oben gerne ausgeben, was ich ausgewählt habe. Das ist ein typisches Feature, was man in der Vergangenheit hauptsächlich mit JavaScript machen musste. Wir können jetzt aber statt hier einem Label wie Test zum Beispiel einen Span benutzen. Innerhalb dieses Spans sagen wir jetzt zum Beispiel, dass wir gerne ein Behavior benutzen wollen, und zwar Behavior Selected Value, also das Value, was wir ausgewählt haben. Und jetzt würden wir gerne den Slot benutzen, und zwar den Slot des aktuellen Labels, den wir ausgewählt haben. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir hier, Option A ist ausgewählt. Wenn ich jetzt hier Option B anklicke, ändert sich das sogar. Ich kann das dann auch hier drin wunderbar mit der Statur, wenn ich die Pfeile hoch und runter drücke, ändern und anpassen. Ich kann sogar hier drin sagen, dass ich zum Beispiel einen eigenen Header habe. Zum Beispiel habe ich hier eine Class, wie zum Beispiel Custom, das sollte natürlich nicht so sein, Custom minus Label. Und hier kann ich ja zum Beispiel schreiben, mein Wert. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, steht das hier drin, und ich kann jetzt hier trotzdem das noch wunderbar ändern. Also hier sieht man ja Option B oder halt Option A. Und in dem Moment habe ich mein ganz eigenes Custom-Feld, was ich beliebig gestalten kann und anpassen kann. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte das Ganze zum Beispiel designtechnisch noch ein bisschen überschreiben und kann mir hier einfach CSS-Code dazu klatschen, um zum Beispiel meinen Button so aussehen zu lassen, wie ich das haben möchte und kann mir hier wirklich alles rausnehmen, was ich will. Das ist richtig cool. Es funktioniert alles mit dieser neuen Pop-Over-Mechanik, die etabliert wird. Allerdings kann ich das wirklich nutzen. Das sollten wir jetzt erstmal noch klarstellen. Dieser Screen sagt dazu allerdings schon alles. Nicht mal Can I Use findet dieses HTML-Element. Wenn ihr es in Chrome ausprobieren wollt, müsst ihr auch unter den Beta-Tags ein bestimmtes Feature anschalten. Also es ist noch weit weg. Es ist richtig cool. Ich freue mich, wenn es kommt. Aber ihr seht, nutzen kann man es noch nicht. Also es ist weit davon entfernt, nutzbar zu sein. Was haltet ihr davon? Schreibt das mal in die Kommentare. Das war das letzte Feature. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie gesagt, schaut mal auf Discord vorbei. Sagt Hallo, hinterlasst einen Kommentar und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. J